Zamanekusaschte, geg Vergangenheit 1 Zamanekusaschte, geg Vergangenheit 1 Vergangenheit 1 Schreiben Er schrieb einen Brief. Er schrieb einen Brief. Er schrieb einen Brief. Er schrieb einen Brief. Er schrieb eine Karte. Er schrieb eine Karte. Er schrieb eine Karte. Er schrieb eine Karte. Er schrieb einen Brief. 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 Er nahm eine Zigarette. Er nahm eine Zigarette. Er nahm eine Zigarette. Sie nahm ein Stück Schokolade. Er nahm eine Zigarette. Sie nahm ein Stück Schokolade. Er war ein kleines Schokolade. Er war untreu, aber sie war treu. Er war faul, aber sie war fleißig. Er war faul, aber sie war fleißig. Er war arm, aber sie war reich. Er war arm, aber sie war reich. Er hatte kein Geld, sondern schulden. 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 Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Er hatte kein Geld, sondern schulden. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Er hatte kein Geld, sondern schulden. Er hatte kein Geld, sondern schulden. Er hatte kein Geld, sondern schulden. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. 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 Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Zwei Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht glücklich. Er war nicht glücklich. Er war nicht glücklich. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht glücklich. Er war nicht glücklich. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht glücklich. 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 Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. 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 Warum konntest du nicht pünktlich kommen? 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 Warum konntest du nicht pünktlich? 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 Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. Ich konnte den Weg nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich konnte den Weg nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich musste ein Taxi nehmen. Ich konnte den Weg nicht finden, weil die Musik so laut war. Ich musste den Weg nicht finden, weil die Musik so laut war. Ich musste einen Stadtplan kaufen. Ich musste den Weg nicht finden, weil die Musik so laut war. Ich musste den Weg nicht finden, weil die Musik so laut war. Ich musste das Radio ausschalten, weil die Musik so laut war. Ich musste den Weg nicht nehmen, weil die Musik so laut war. Ich musste den Weg nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich musste den Weg nicht finden, weil die Musik so laut war. telefonieren ich habe telefoniert ich habe telefoniert ich habe telefoniert ich habe die ganze Zeit telefoniert ich habe die ganze Zeit telefoniert ich habe die ganze Zeit telefoniert fragen 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 ich habe gefragt ich habe gefragt ich habe immer gefragt ich habe immer gefragt ich habe immer gefragt tarifkarten erzählen 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 man tarifkarten ich habe erzählt ich habe erzählt ich habe erzählt ich habe erzählt ich habe die ganze geschichte erzählt ich habe die ganze geschichte erzählt ich habe die ganze geschichte erzählt ich weiß ich habe die ganzen witte lerne 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 lernen Mal J-Gerifte an. Mal J-Gerifte an. Mal J-Gerifte an. Mal J-Gerifte an. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Mal J-Gerifte an. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Arbeiten. Mal J-Gerifte an. Mal J-Gerifte an. Mal J-Gerifte an. Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Mal J-Gerifte an. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Mal J-Gerifte an. 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 Ich habe gegessen. Ich habe gegessen. Ich habe das ganze Essen gegessen. Ich habe das ganze Essen gegessen. Ich habe das ganze Essen gegessen. Vergangenheit 4 Vergangenheit 4 Vergangenheit 4 Vergangenheit 4 Lesen lesen ich habe gelesen ich habe gelesen ich habe den ganzen roman gelesen ich habe den ganzen roman gelesen ich habe den ganzen roman gelesen fahmidan verstehen verstehen fahmidan verstehen man fahmidan ich habe verstanden ich habe verstanden ich habe den ganzen text verstanden ich habe den ganzen text verstanden antworten 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 man passuchte ich habe geantwortet Ich habe geantwortet. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Ich weiß das. Ich habe das gewusst. Ich weiß das. Ich habe das gewusst. Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben. Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben. Ich höre das. Ich habe das gewusst. Ich schreibe das. Ich habe das gewusst. Ich höre das. Ich habe das gehört. Ich schreibe das. Ich schreibe das. Ich höre das. Ich habe das gehört. Ich schreibe das. Ich schreibe das. Ich schreibe das. Ich habe das gewusst. Ich schreibe das. Ich schreibe das. Ich schreibe das. ich bringe das ich habe das gebracht ich bringe das ich habe das gebracht ich kaufe das ich kaufe das ich habe das gekauft ich kaufe das ich habe das gekauft ich erwarte das ich habe das erwartet ich erwarte das ich habe das erwartet ich erkläre das ich habe das erklärt ich erkläre das ich habe das erklärt ich kenne das ich habe das gekauft ich kenne das ich habe das gekauft ich kenne das ich habe das gekauft ich kenne das ich habe das gekannt ich kenne das ich habe das Fragen Vergangenheit 1 Wie viel haben Sie getrunken? 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 Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie den Weg gefunden? Wie haben Sie den Weg gefunden? Wie haben Sie die Prüfung gefunden? Wie haben Sie den Weg gefunden? Mit wem haben Sie gesprochen? 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 Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie die Prüfung gefunden? Mit wem haben Sie die Prüfung gefunden? Mit wem haben Sie Geburtstag gefaiert? Wo sind Sie gewesen? Wo sind Sie gewesen? Wo haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gearbeitet? Wo haben Sie gearbeitet? Wo haben Sie gearbeitet? Was haben Sie empfohlen? Was haben Sie empfohlen? Was haben Sie gegessen? Was haben Sie gearbeitet? Was haben Sie gearbeitet? Was haben Sie erfahren? Was haben Sie erfahren? Was haben Sie gearbeitet? Was haben Sie gearbeitet? Was haben Sie gearbeitet? Was haben Sie gearbeitet? Wie schnell sind Sie gearbeitet? Wie schnell sind Sie gearbeitet? Wie lange 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 sind Sie gearbeitet? Wie hoch sind sie gesprungen? Wie hoch sind sie gesprungen?